Soho, let's go ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dead Space, ähm, joa, grüßt euch. Habt sehr viel Spaß gehabt, ähm, nein, was, Spaß? Warnung, extreme Gefahr, Mineralienverarbeitung. Oh, oh, schaut nicht gut aus. Oh, da schaut, oh, heilige Scheiße, oh, heilige Scheiße, oh, heilige Scheiße. Was? Okay, okay, nicht gut, nicht gut, nein, nicht gut, aber, ja, nicht gut, nicht gut, okay, nicht gut. Oh, cool, hier ist ja gar nichts. Also dieser Kusch-Typ, oh, du hast noch ein weniger, okay, ähm, ist da irgendwas? Ja, irgendwas wird da schon sein, oh, man. Oh, das hat's nicht gut angehört. Oh, nein, los, stirb, stirb, oh, 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 oh. Oh mein Gott, habt ihr's gesehen? Dieses Audio-Lock hat ihnen anscheinend weh getan. Oder Text-Lock, oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Problem in der Weiterverarbeitung. Die Situation hier hat sich um einiges verschlechtert Der Schwerkraftausfall trat Einen, als wir gerade Astroiden vor uns zu suchen Und einen von denen gerade den Zutaten erledigt Erkludiert, der Mann tötete zwei mit drei Und spankte schon Ah, sie könnten Hilfe von einem Techniker gebrauchen Na, ist das nicht schön, dass gerade einer hier ist Oh Irgendwann wir die Füßchen küssen Leider Oh, was zum Teufel Siehst du das? Ein Shop ist das Oh Oh, ich sehe I see Los, los Okay, mein Inventar ist voll Haha, lustig, lustig, lustig So, lustig Was haben wir denn alles? Wir haben hier fast gar nichts Wir haben nichts Okay, entfernen Entfernen Weil Ja, eigentlich bringt das ja gar nichts, oder? Was, was, was Was zum Teufel Eigentlich bringt das ja gar nichts Ja, super, ich habe ein kleines Medipack Aber es bringt nur das gar nichts Okay, Moment In Safe Naja, eigentlich Äh Okay, Moment Oh, nein, nein, das war schlecht Das war jetzt schlecht, oder? Benutzt nur Okay, Moment Moment, also wir haben Ein Ding Okay Also können wir ein Mittleres Medipack Oh Gott, das ist so umständlich Das ist so umständlich So Genau Genau Perfekt, oder? Passt Wunderbar Oh Cool, cool, cool Gut Dann können wir ja mit Ein bisschen mit dem hier rumschießen Vielleicht Oh Oh Alles klar Hm Tja, das ist natürlich doof Irgendwie Nein So Okay Oh Oh Was zum Teufel Wie Oh Oh Heiliger Geil Was passiert, wenn ich Was, wenn ich jetzt das mache Oh Das ist ziemlich uncool Das ist ziemlich uncool Stöp, stöp Wow Was zum Was zum Teufel war das denn? Alter, das war ziemlich komisch Ähm Wo, wo, wo Hä? Oh mein Gott, sie probt sich Okay Ähm Alles klar Alles klar Ha, ha, ha Wo, wo Wo und was Und warum Und wie Hä? Hä? Wie jetzt? Und was jetzt? Los, komm Geh mal da rein Oh, komm Okay Das war natürlich doof Okay Ähm Yeah Okay Alles klar Alles klar Alles klar Jeha Komstiert das? Oh Sieht das nicht gut an Oh Oh, das ist nicht gut Oh, das ist nicht gut Und Doch Oh ja Ja auch Und wie Komm mal Überall Ist Irgendwas Voll Ben Macht es gar nicht So Wo ist denn hier noch was? Ähm Hier war doch noch was Ah ja genau hier Perfekte Jeha Mein Gott Ich kann fliegen I believe I can fly Nein Oh, gut Yeah Great Nein, hier ist noch eine Nein, hier ist noch eine Da ist noch eine Und hier Die Die Tun sich irgendwie hier so Voll so Naja Ähm Ich meine Man muss sich hier nichts aufheben lassen Ii, die werden da voll reingezogen, oder? Hm Eklig Okay Ähm So, was müssen wir tun? Und wohin müssen wir jetzt gehen? Außer diese Kiste noch vorher zur Schütze haben Oh yeah So, okay Wo muss ich jetzt hin? Aha Darüber Dahinter Ähm Okay Keine Ahnung Ich geh jetzt einfach mal dahin Och Leute Komm Genau Gut So Oh Nein, echt jetzt Oh, ist das geil Echt jetzt? Fett Was? Ach, wirklich Ach, danke auch Und Und wo? Oh Ich denke Da hinten Oh Guck Oh Seht ihr, was ich sehe? Ein Ein Raum mit einem Dankeschön So Macht man das hier Aha Das macht man natürlich hier Oh Ja Ich will jetzt was ganz geiles sehen Ich will jetzt was richtig geiles sehen Okay, das ist Ein Rubin Und Meine Welt war voll Oh Gott Es ist zu viel Es ist zu viel des Guten Es ist zu viel des Guten Es ist einfach zu viel des Guten Okay Was können wir loswerden? Und was nicht? Aha Theoretisch Entfernen wir das jetzt mal Wir entfernen jetzt einfach mal das So So Und das Hat keinen Bock Einfach keinen Bock Ich würde einfach mal sagen Einfach kein Gehen wir weg Dankeschön So Ja, ich habe einfach für euch Einfach keine Verwendung Ja, tut mir leid Mensch So So Was ist jetzt? Oh Cool Oh Nicht cool Oh Wow Mit einem Schuss Oh Das ist cool Oh Nein Schade Ach Heiliger Bist du auch tot? Alle tot? Oh nein 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 Okay Sterben Na Ziemlich uncool Sonst irgendwas? Oh Oh Es sind viele Ich wollte nur mal anmerken Dass es viele sind Verdammte Hacke Ach du Heiliger Ach du Heiliger Heiliger Lauf 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 Stirb 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Stirb Stirb einfach Okay Und jetzt laufe ich Und jetzt laufe ich Und jetzt laufe ich Weil hinter mir Sind irgendwelche böse Viecher Was Was Ach du Heiliger Okay Okay Ähm Ja Anscheinend ist da was Böses So Und du Da hinten Stirbst jetzt auch Ich hab gesagt Du So War's das Meine Herren Liebe Leute Also Ihr seid ja schon cool und so Aber Ernsthaft Das war ein bisschen viel Ein bisschen viel Ach Ding ist Und es hat geleckt Wie Okay So Oh gut So Meine Herren Meine Herren Okay Schauen wir nochmal da rein Ich glaub wir können jetzt nochmal da reingehen Nein Doch können wir Dankeschön Ach Rhymentar ist voll Na ist das nicht toll Cool Okay Ich sollte dringendst mal mehr mit Der Waffe schießen Gut Achso Erstmal nachladen Hey Komm nachladen Kann ich jetzt Nein Okay Was auch immer Okay So Da hinten ist irgendwas Yay Okay So Wo muss ich jetzt hin Da hoch Ah oder da runter Besser gesagt Da liegt irgendwas oder Und da liegt auch was Uh Da ist auch irgendwas Oder Äh Nein Das sind irgendwelche komischen Nein 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 Nichts Für mich Seht ihr das Also ich seh da was Da funkelt was Aber ich Oh Nein nein Komm komm her Komm her Yay Uh Perfekt Gracias 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 Okay So Ähm Hier sind ziemlich Viele Leichen Was mich wieder sehr unschlüssig macht Dass hier irgendwelche bösen Viecher kommen könnten Ne Und deswegen Ne Muss ich euch leider Was ist das da Schlüssel Abbaudeck Alles klar Okay Cool Äh Okay Aufzug Oh das hat sich gut angehört Oh das hat sich gut angehört Oh das hat sich gut angehört Oh das hat sich nicht gut angehört Das hat sich gar nicht gut angehört Verdammt Du blöder Bildschirm Du nervst Du Danke Heilige Scheiße Hier ist es verdammt ruhig Hier ist es verdammt ruhig Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist nicht cool Das ist nicht cool Oh das ist nicht cool Oh das ist nicht cool Ne 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 Da passiert was Da passiert was Oh nicht schlecht Du nicht schlecht Hier Du nicht schlecht Ich muss schon sagen Du das hat was Hat was Aber gut Dieses Was auch immer Es war Es hat mich Auf eine Ähm Auf einen Energieknoten Aufmerksam gemacht Da kommt jetzt was runter Gell komm Natürlich kommt jetzt was runter Guck guck Nö Okay Oh Moment mal Hä Wie jetzt Ich hab gedacht Oh nein Nicht denken Ben spielen Bitte recyceln sie regelmäßig Nicht benutzte materialien Vielen dank Also ich tue jetzt speichern Das weiß ich Vielen dank fürs zuschauen Oh ich sollte draußen erstmal speichern Ja ins leere Oh yes Vielen dank fürs zuschauen Ich hoffe es hat euch gefallen Würde mich freuen Wenn ihr auch beim nächsten mal wieder bei deadspace mit dabei seid Weil aha Alleine bin ich Fühle ich mich so aufgeschmissen Naja Mein Name ist Ben Und ich sag für heute Auf Wiedersehen Tschüssi